Bereits heute, da waren die Straßenverhältnisse stellenweise wirklich schon ganz schön schwierig. Und auch in der Nacht und in den kommenden Tagen wird es erstmal so weitergehen. Örtlich müssen wir uns immer wieder auf Schneefälle und auch auf Glätte einstellen. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net. Lasst dem Video doch gerne den Daumen nach oben da. Klickt auch auf Abonnieren, damit ihr richtig gut rund um das Thema Wetter informiert seid. Örtlich, da wird es recht winterlich weitergehen. Stellenweise, da bekommen wir von dem Winterwetter aber zumindest erstmal noch nichts zu spüren. Wir schauen einmal auf die Schneehöhen von heute früh. Und da sehen wir, dass zum Beispiel in Görlitz drei Zentimeter, in Dresden vier, Leipzig zwei Zentimeter gemessen wurden. In den Mittelgebirgen dann auch mal gut über zehn Zentimeter oder stellenweise auch mal über 20 Zentimeter. Dann natürlich auch noch Schnee in den Alpen und auch im Alpenvorland. Da war es ein bisschen weiß. Und örtlich, da ist da auch noch ganz schön viel Schnee im Tagesverlauf, zumindest zeitweise, mal mit dazugekommen. Ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch draußen aussieht. Ist es da vielleicht weiß, vielleicht auch schon wieder weggetaut? Oder war es da die ganze Zeit eher nur grau und trüb? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Wir schauen auf die Großwetterlagenkarte. Und hier sehen wir, dass Hochdruckgebiet Alexander momentan nördlich von uns liegt und Tiefdruckgebiet Lisa südlich. Und das sorgt dafür, dass von Osten her die Luft nach Deutschland strömen kann. In der kommenden Nacht, da werden wir reichliche Wolken am Himmel sehen. Und die haben dann im Norden mal Schneefälle, mal Schneeregen und Regen im Gepäck. Und dann auch teilweise noch mal im Südwesten ein paar Schneeflocken. Und das bei Temperaturen, die in der Nacht auf 3 bis minus 6 Grad zurückgehen werden. In den Alpen, da wird es richtig frostig. An den Küsten, da bleibt es verhältnismäßig mild. Morgen früh, da müssen wir dann stellenweise auch mit Gelette rechnen. Dann sind auch noch weitere Schneefälle und auch noch mal Schneeregen und Regen mit von der Partie. Bei weiterhin vielen dichten Wolken hat die Sonne es wirklich sehr schwer, sich ab und zu mal zu zeigen. Und das bei Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad. Stellenweise, da wird es aber auch noch etwas kühler bleiben. Da liegen die Werte im gesamten Tagesverlauf unter der 0 Grad Grenze. Das heißt, hier müssen wir uns auf Dauerfrost einstellen. Am Dienstag, da sind weiterhin viele dichte Wolken am Himmel unterwegs. Und die bringen dann in der Mitte und auch im Südwesten nochmal Schneeflocken mit. Und wir sehen bei den Temperaturen minus 1 bis 4 Grad. Das heißt, in den tieferen Lagen häufig dann auch nur noch Regen. Vor allen Dingen in den recht milden Flusstälern. Am Mittwoch, da werden dann minus 2 bis 5 Grad erreicht. Die höchsten Werte vor allen Dingen im Nordosten. Und da wird dann auch reichlich Niederschlag nach Deutschland hereinziehen. Der fällt dann im Nordosten in Form von Regen, sonst häufig auch mal in Form von Schnee. Am Donnerstag, da sind dann auch nochmal Schneeflocken und Regentropfen mit von der Partie. Ebenso wie etwas Sonnenschein, der besonders im Süden des Landes bei Werten zwischen minus 2 und 4 Grad. Wir schauen nun noch auf die Ensemble-Vorhersage. Schauen uns hier einmal die 2 Meter Temperatur bei Leipzig an. Und vor allen Dingen noch viel interessanter die Schneefallwahrscheinlichkeiten in den nächsten Tagen. Und da sehen wir schon sowohl morgen als auch übermorgen. Da sieht das zumindest für Schneefreunde noch ganz gut aus. Für alle, die auf Arbeit müssen, die sollten schon mal ein bisschen mehr Zeit einplanen. Denn die Schneefallwahrscheinlichkeiten sind in den nächsten Tagen nochmal ziemlich hoch. Die erreichen dann sogar teilweise nochmal über 90%. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Habt noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.